Hallo, hier ist der Martin mit einer super Nachricht für alle Böblingerinnen und Böblinger. Und zwar jetzt aufgepasst, am 23.10. trete ich jetzt endgültig auf in Böblinge. Ja, am 23.10. kann mich jetzt niemand mehr dran hindern, auch kein Coronavirus. Am 23.10. dürft ihr euch nichts vornehmen? Nein? Dann komm ich nach Böblinge zu euch. Ich freue mich total. Bis dann. Ciao.